Krasse Aktionen, sowas habe ich noch nie erlebt. Hunderte Lebensmittel in bester Rohkostqualität Bio Fairtrade, ihr habt ihn teilweise unter dem Selbstkostenpreis verkauft. Kokosmus in Rohkostqualität kostet locker zwischen 20-30€ das Kilo, kannst du nun Kiloweise für 7€ bekommen. Kokosblütenzucker normal 10-13€ das Kilo für 4-5€ das Kilo, solange der Vorrat reicht. Bio Rohkost Fairtrade Kokuma Pulver für 4-5€ das Kilo. Reishi Pilze 120€ kosten das Kilo 40-50€, ihr könnt euch dann noch minutenlang Traumpreise vorlesen. Doch in jeder Minute sind die Produkte vielleicht schon weg, denn Lemberona leert die Lager. Für die Leute denen egal ist warum sie das tun und was das auch konkret für die Zukunft bedeutet, für den besten Händler von getrockneten Produkten, könnt ihr direkt unten einen Link zu der Abverkaufsseite in der Infobox. Aber beachtet die schon reduzierten Preise die ihr dort seht, können mit einem speziellen Gutscheincode noch einmal für 14 Tage 30% billiger reduziert werden. Und das macht den Preis so ultra günstig. Das ist aber auch in der Infobox, denn das bedeutet die beste Qualität weltweit zum absoluten Schleuderpreis, selbst billiger als die Aldi Nord Preise für nicht Bio für das entsprechende Produkt. Aber natürlich nur solange der Vorrat reicht. Dazu habe ich auch nochmal nachgefragt, das sind keine Produkte deren Haltbarkeit irgendwie bald abläuft, sondern frisch produzierte Lebensmittel in bester Qualität. Und warum macht man das dann überhaupt? Und das hat einen guten Grund, der eigentlich schon ziemlich traurig ist. Die Leute kaufen lieber teurer und schlechte Qualität, weil es einfach bequemer ist. Lembarona merkt schon seit einiger Zeit, dass ultra potente Lebensmittel wie Bibitaki, Petersilienblattpulver, Weißdornpulver, Grünkohlpulver und so weiter nichts ist wo man wirklich wirtschaftlich überleben kann. Wir, die wirklich gesundheitsbewussten Menschen, die sind da die absolute Minderheit. Wir können jetzt noch einmalig die letzte große Charge quasi von Lembarona kaufen für all diese Produkte, für unseren Vorrat, aber dann ist damit was diese Produkte angeht Schluss. Das Gute ist, getrocknete Lebensmittel, gerade wenn sie frisch produziert sind, wie eben von Lembarona, die halten sich ewig. In dem Zuge muss man sagen, verschlankt sich Lembarona jetzt, um diese absolute Hammerqualität auch in Zukunft anbieten zu können. Und daher fallen auch Produkte wie Kurkuma oder Koriandersamen dieser Verschlankung zum Opfer. Koriandersamen in Bioqualität des Kilo für die nächsten Tage für 5,60 Euro. Auch Jackfrucht ist dabei, Jackfruchtpulver, ja Kornpulver ist sogar dabei, was ich auch noch direkt kaufen werde, denn ich hatte schon eine Lieferung mit Petersilienwurzel, Chatavari und Spargelwurzelpulver für 7 Euro statt 40 Euro das Kilo. Also getrocknet Jack. Ich zeig euch das mal kurz. Bio Chatavari Pulver, das ist ein Pulver, wo du, also jeder der das kennt, Spargelwurzelpulver wird wissen, das hat einen so super Effekt auf den Magen, ganz, ganz, das einzige, was wirklich so richtig den Magen beruhigt und mega geil ist, für Frauenprobleme ganz viel geeignet. Chatavari kommt aus dem Ayurveda, Spargelwurzelpulver, ist ein mega geiles Pulver, völlig so unrecht, so underrated. Dann habe ich mir die Petersilie, die du hier kaufen kannst, die sowas von dermaßen überteuert, und Petersilie ist schon das geilste Wildgrün aus meiner Sicht her, für mich geht was Grün angeht nichts über Petersilie. I love it. Und dann habe ich mir was richtig gegönnt und zwar bei den Preisen jetzt kannst du einfach zuschlagen ohne Bedenken, gefriergetrocknete Bio Jackbruch, gefriergetrocknet, da zahlst du für so einen ganz kleinen Beutelchen, zahlst du dann 3-4 Euro für sowas, weil die wiegen natürlich ja nicht, das hat gefriergetrocknet, das hört ihr ja, das schwebt, das sind so Jackfrucht Chips und da zahlt ihr locker eigentlich für so eine Tüte 100-200 Euro und hier ist glaube ich der Kilopreis aktuell bei 40 Euro mit dem Rabatt dann sozusagen bei 30 Euro Kilopreis gefriergetrocknete Jackfrucht. Das ist alles so pervers günstig, dass man fast schon ein schlechtes Gewissen hat, also zumindest ich, zumal es versandkostenfrei ist das zu bestellen. Was besonders tragisch ist, da gibt es Produkte welche wirklich nur, nur weltweit von Lemberona hergestellt werden, da gibt es keinen anderen Anbieter und die ultra krass wichtig sind, zum Beispiel Linsenschalenpulver, was bei Menstruationsschmerzen vielen tausenden Frauen weltweit geholfen hat. Ich habe ja da sogar ein Video dazu gemacht, habt ihr das vielleicht auch schon ausprobiert und hilft es euch, dann sichert euch jetzt letztmalig noch einen Vorrat, sonst bekommt ihr kein Linsenschalenpulver auf dieser Welt, nur von Lemberona. Ich habe selber nochmal eindringlich mit Lemberona geredet und welches Loch das in meiner Brust hinterlässt, da ich die Produkte von Lemberona wirklich abgöttisch feiere. Gerade weil sie in ihrer Unternehmensphilosophie Dinge drin haben, wie den Fokus auf Kleinbauern, auf deren Absicherung vor der Ernte usw. Neben Bio Rohkostqualität keine Zusatzstoffe. Aber ich habe mir erklären lassen, dass die Welt noch nicht so weit ist im großen Stil nachhaltig, ethisch einwandfrei und in bester Qualität facettenreiche Lebensmittel zu konsumieren. Daher die Reduzierung ihres Sortiments auf ein paar hundert Lebensmittel. Entsprechend auch in diesem Zuge gibt es quasi die Aufteilung des Unternehmens. Die Marke Plantlife ist jetzt quasi für den Endverbraucher konzipiert und bietet gewohnt weiterhin die weltweit beste Qualität für einen sehr guten Preis. Allerdings ist die Produktpalette der Produkte jetzt geschrumpft. Beste Qualität bedeutet ohne jegliches Trennmittel oder irgendetwas anderes als das Lebensmittel als solches. Wenn möglich in Rohkostqualität natürlich Fairtrade von Kleinbauern. Die Packungen werden dann jetzt etwas flippiger und marketingfreundlicher. Aber im Endeffekt macht Lemberona jetzt schmerzhaft das durch was ich und eventuell auch du auch durchmachen muss. Ich muss schon länger mit dem gesellschaftlichen Bewusstsein machen. Meine Überschriften müssen immer schön fetzig sein. Die Pausen aus meinem Gesagten müssen immer mehr raus. Aber so ist das Leben und jetzt haben wir zumindest die einmalige Gelegenheit unsere Vorräte an geilen Lebensmitteln aufzustocken zu einem Preis der wohl die nächsten 100 Jahre so nie wieder kommen wird. Lemberona als Kernunternehmen bleibt jedoch bestehen. Allerdings ist da der Fokus vor allem auf Großhändler und Leute die direkt 25kg Säcke bestellen. Da gibt es auch noch die Lemberona die Marke die wir alle kennen. Und auch dort gibt es dieselbe beste Qualität und wahrscheinlich aufgrund der Menge die man verkauft noch ein Stück günstiger. So siehts aus. Leute unterstützt weiter gute Produkte und gute Unternehmen. Nur so ändert ihr was auf dieser Welt. Ganz ganz wichtig. Und da fallen auch keine Produkte weg die einfach episch sind. Kauft die Lager leer getrocknete Biogurkenscheiben für 7€ das Kilo. Erbsenprotein 3€ das Kilo. Chaga Kamu Kamu. Brennnessel. Das ist einfach unglaublich was es hier zu kaufen gibt. Die Jagd ist eröffnet und wenn ihr ein besonders tolles Produkt in der Abverkaufsliste entdeckt dann postet es auch gerne mal unten in die Kommentare. Ich habe da noch gar nicht alle durchgucken können. Das sind weit über 100 Produkte. Ich mache die Tage auch noch eine Bestellung für mich und ein paar Freunde fertig. Mit dem selben Code. Link ist unten. Ganz wichtig dazu den Code lembarona.fail eingeben. Steht aber alles nochmal in der Infobox. Und ja Leute kauft was das Zeug hält. 14 Tage habt die Zeit. Traurig und schön gleichzeitig aber das Leben geht weiter. Alles Liebe euer Samu.